Ich verrate dir jetzt mein Geheimnis. Der Part geht weiter. Also, ja gut, das war jetzt ein bisschen gelogen. Der Part geht weiter. Der Part fängt nämlich erst an. Ja, schon verkackt. Und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Seid ihr gekriezt, Eisender? Am schwarzen Rücken-Firestone sind neue Missionen. Wenn Lilith den Fast-Walk beginnt oder beendet werden, nachstehender Gegner durch eine Fast-Explosion verletzt. Okay. Ab in der Mine. Wir sind in der Mine. Wobei ich dachte, letzter Part wäre auch schon in der Mine gewesen. Mal gucken. Hier gibt's Medikamente. Und Schilde. Kann ich mir nicht leisten? Was heißt das? Wie teuer essen das? 9000. Wo kriege ich denn jetzt 9000 her? Ganz einfach. Tut mir auch schon leid, dass ich das jetzt doch machen muss. Aber Moment mal, vielleicht muss ich das nicht machen. Wobei ich das nicht machen muss. 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 Wobei das nicht machen muss. Vielleicht reicht das ja schon Sind wir zwar gleich pleite, aber Was? Ach ne Was willst du denn jetzt noch? 35 Das ist aber Das sind die Sachen, die ich ausgerüstet habe Die würde ich auch gerne ausgerüstet lassen Ah Dann 48, 52 Sorry Perfekt Mal gucken Ey Komm, bin schon deine Schöpfer Räder sie weg Er sieht dich Und jetzt verzeihst du dafür Du verzeihst es auch gerade Oh Gott Habt ihr noch was für dich? Luzin Alter Stimmt ja Ey Stimmt ja Hey Ey Bist du Allår Luzin 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 Stimmt Luzin 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 Wo? Von wo? Von wo versucht er mich abwücken? Nein! Du hast eine Explosé-Waffe gefunden! Du hast eine Schott-Waffe gefunden! Diese Waffen durchdringen die meisten Schilder und können den Gegner dämen! Okay. Schon mal gut zu wissen. Ey, ey, ey! Ey! Oh Gott! Hier, guck! Oh mein Mann! Oh mein Mann! Der schießt alle 3 auf 1! Genial! Das der nicht sterben wollte, war nicht ganz so genial, aber dass der 3 auf einmal schießt, ist schon genial. Das heißt, der macht dann quasi dieser 100, äh, 152 Schaden, macht er dann quasi mal 3. Du hättest niemals hier herkommen! Ich wollte hier nicht herkommen. Oh, gut, dass ich gestorben bin. Ich hab was übersehen. 62 Ey! Guck, wie viel Platz hab ich denn noch? Ich glaub nichts mehr wirklich so, da muss ich doch erstmal verkaufen gehen. Muss ja auch mein Geld wieder reinbekommen. Wenn du Überhandlung brauchst, immer einspaziert! Hm... Nee, brauch ich nicht. Ich würde gern was loswerden. Ich würde gern was loswerden. Moment mal, nein. Eine Schockwaffe. Hm... 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 Nee. Hm... Doch, den hier verkaufen noch... Nee. Hab... Kein Interesse, den zu verkaufen. Verkauf ich den hier. Verkauf das hier noch. Oh, dann das doch hier. Hm... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Slots wieder. Äh, mehr sogar. 2, 4, 6, 8, 11 Slots ungefähr wieder. Und jetzt geht's dann einfach mal weiter. Hm... Nee, ich geb's dir gleich. Nee, ich geb's dir gleich. Okay. Komm. 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 Du- 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 Ok Ich zeig euch mal was Nein, geil Perfekt Das hat voll lange gedauert den zu töten Oh Gott Wo bist du? Was machen wir jetzt runter hier? Nice Wo geht's denn jetzt lang? Ach hier Wird mir sogar schon angezeigt oder? Ja Dir hilft niemand Alter 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 Verente Perfekt Oh ne. Perfekt. Und weg hier. Komm, komm, komm. Jetzt. Blut! 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 wichs vor drecksack vorwürste ach da so und das leben renner gehen regenerieren so jetzt ist erstmal die frage wo lang und das heißt da nicht lang so 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 schnell wegkehr Ich habe keinen Treffer. Ein Scharpschutz oder Scharpschutz ist nur ein Kampi-Kanal. Finde den Wurf, den zu dir passt. Okay. Okay, jetzt erstmal gucken, was kann ich denn verkaufen. Gucken. Gucken. Ja. Das passt so. Dann werde ich mal gucken. Dann werde ich hier... Ach so, doch, das... So. Wenn ich hier noch... Ja, ich habe schon das Beste, was geht. Das ist besser als das Beste, nicht für mich. Moment mal. Wer braucht schon einen richtigen Arzt, wenn er meine Apparate mit ihren unheimlichen Nadeln hat? Okay. Ich weiß nicht, was machen wir jetzt nochmal den hier. Das ist günstiger. Das ist auf jeden Fall günstiger. Mal gucken. In einer Welt ohne Sicherheit ist auf Waffen von Markus verlass. Okay. Dann gehe ich hier zurück. Faust hat sich auch fast wieder regeneriert, solange es schafft er auch ohne... Das ist ein Monstrum. Es hat einen starken Schild, den du schwächen musst, bevor du es verletzen kannst. Pass auf, dass es dich nicht berührt. Moment mal. Starker Schild, den ich schwächen muss. Nicht berührt werden, ist Sniper gut, aber ich überlege gerade auch 124. Ich bin gerade versucht. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Eine Tür und zweite Tür. Welche nehme ich wohl? Welche muss ich wohl nehmen? Ich... Verarscht. Führen beide in dieselbe Richtung? Na toll. Muss ein Kopfgeldjäger sein. Fletsch macht dich fertig. Ah! Alter. 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 Hilfe. Oh, kacke. Alter. Oh, kacke. esser. Oh, kacke. ption. Verresた an IDK. Alter, lass mich bloß rein hier. Meine kleine Sache, jetzt weiß ich auch was, mit einem starken Schild, der hat so einen Kraftfilter um sich. Alter, der Ton. So, äh, ich dachte gerade, hm, sein Schild ist schon runter, aber der hat dann noch einen anderen Audio. So. Aber der hat dann noch eine andere Art Schild. Nicht dieses Schild. Alter. Hm, Gott. So wär ich beinahe draufgegangen. Regeneriert er da unter etwa gerade sein Leben. Ich mach nochmal die Sound-Effekte ein bisschen lauter jetzt. War das doch ein bisschen. Diese Sniper tausche ich nochmal gegen... Den hier aus. Das war zwei Revolver, glaub ich, jetzt, aber... Oh. Stop. Alter, erstmal Ich hoffe, der regeneriert unter seinem Schild jetzt nicht wieder sein Mal gucken Äh, Tür, geh auf Oh Gott Und bitte steck dein Schild weg Alter Oh, bloß weg hier Ich weiß nicht, ob das so mit den Türen gedacht ist, aber Ich mach das jetzt einfach mal so Oh Gott Habe ich den jetzt nicht? Alter Alter Und jetzt sterbe ich noch, jetzt sterbe ich noch, genau Eben nicht Ein Schild Schwächer als meins Granatmonik bin ich voll Stärker als die Waffe Wasser Durchstecker als die Waffe Tauschen wir mal mit der hier Na ja Ah Gucken wir gleich rein Wird bestimmt keine Waffe für mich drin sein Aber so wie gemein ich bin Schauen wir da erst im nächsten Part rein Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Borderlands Haut rein